Oh, ich hab Angst! Pippen da auf dem Gas! Aber ey! Kamen häusen sie hier! Ja! Guck, meine Spur nimmt er! Oh! Hoppel, hoppel! Oh, du spinnst, ey! Der ist nur noch 5.000 Bärte! Ist der eine weg? Ja! Der kennt die Strecke ja echt geil! Du übertreibst nicht, sonst gibt's auch! Ach so, da war nur ein Z4? Ja! Ja! Der zieht bestimmt rüber! Der ist auch ein bisschen langsamer! Jo! Kann man noch zusammen durch die Klaube kommen? Ja, du kannst! Ja, nein, nein! Ja! Die ist auch schon gefährlich hier oben! Da warst du nämlich böse! Böse! Da setz ich besser hin! Ich kann den Sitz nicht mehr nur vorne ziehen! Juhu! Jetzt bloß nicht angeben! Sehr gut! Die ist doch fies! Ja, die hast du auch ein bisschen zu mal innen gefahren! Ja! 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 Man bremst erst hier! Innen schön! Genau! Sehr gute Ideallinie gefahren! Kalt doch mal! Vielleicht ein bisschen schneller! Ja! M3! Schauen die eine Chance geben! Noch einer! Ja! 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 Das ist wohl gerade interessant! Oh, es gibt der BMW da raus! Ja! Ja, ich muss ja noch ein bisschen zurücknehmen. Ah, hier war ja schon mal nett. Ja, geht besser.